Wird sich nur denken, Sabine, putz die denn in den Fußboden. Hör zu, morgen gehst du nach Hause, packst alles ein und ziehst zu mir. Ehrlich? Ja, ganz im Ernst. Aber ich kann ja dir ständig im Weg sein. Das ist mir klar. Und ich kann eine Landlage sein. Wer wüsste das besser als ich? Schließlich habe ich dir diesen Spitznamen gegeben. Und du willst dennoch, dass ich bei dir wohne? Ja, weil, weil, weil ich auch nicht mehr alleine wohnen will. Ich bin, äh, ich bin einsam. Du bist einsam? Aber du hast doch so viele Freundinnen. Hey, ich habe dir jetzt einen Antrag gemacht. Willst du jetzt noch einen Verlobungsling von mir? Also, wenn das dein Ernst ist. Also, ich könnte sehr, sehr viel für dich tun. Ich könnte deine Wohnung... Äh, bitte raubt, ich könnte sehr viel für deine Wohnung tun. Bitte, bitte raubt es mir. Na gut, mein Verstand. Nein, du wirst so gut essen. So gut essen wie noch nie, wie Gott in Frankreich. Nein, was machst du besonders gerne? Sparen? So ist Hollandaise. Oder... Du brauchst nichts für mich zu kochen. Ich gehe ins Gasthaus. Aber nein, wenn wir zu Hause essen, dann ersparen wir uns unbedingt Geld. Denn, ähm, von du und ich, von du und ich nehme ich gar nichts. Hey, nicht zu überstürzen. Du hast doch gesagt, dass ich wieder selbstständig sein soll. Und wo bleibe mein Stolz, wenn ich von du nicht Geld nehmen würde? Na, 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 na. Dieser zu kurz geratete, rustisch sprechende, glattköpfige Cowboy wird in tausend Jahren keine Traum erfinden wie mich. Welches Schlafzimmer willst du denn?